Moin moin meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, im heutigen Tutorial würde ich euch mal gerne meine Taktik, meine Formation zeigen. Als Beispiel nämlich den IK Bragen schwedischer Zweitligis, wo wir im ersten Jahr um den Abstieg gekämpft haben. Da war das Saisonziel auch Zwölfter und jetzt sind wir sogar Zweiter, obwohl unser Saisonziel nur der siebte Platz ist. Das heißt, man sieht, mit dieser Taktik kann man auch sehr erfolgreichen Fußball spielen. Gucken wir uns erstmal die Aufstellung an, beziehungsweise die Formation. Ich spiele ein typisches 4-2-3-1, also jetzt nichts Neuartiges, keine Dreherkette, da habe ich mich jetzt hier bei WeRFootball noch nicht ausprobiert. Aber ich benutze jetzt eher defensivere Flügelspiele, also ich spiele jetzt nicht unbedingt mit Außenstürmern. Das habe ich hier noch nicht ausprobiert, aber ich möchte euch ja auch erstmal zeigen, wie ich selber spiele und was ja auch relativ erfolgreich ist. Dazu habe ich jetzt einen Spielmacher und zwei ZMs. Sollte es mal vielleicht ein bisschen offensiver sein von uns, dann spiele ich es auch gerne mal mit zwei Spielmachern und einem zentralen Mittelfeldspieler. Oder dann auch vielleicht auch mal mit einem defensiven Mittelfeldspieler, da habe ich jetzt kein Personal für diese Position, aber zur Not auch gerne dann wirklich mit so einem Sechser. Oder aber ich spiele auch gerne mal mit zwei Stürmern, auch einer kann auch mal gerne hängend sein und Hellberg jetzt in dem Fall ein bisschen weiter da hinten an als Spielmacher, damit man jetzt noch offensiver noch mehr Power reinbringt. Natürlich kann man auch als Beispiel jetzt trotzdem die drei Mittelfeldspieler genauso lassen, auch Escobar und einfach die beiden Spieler nach vorne setzen. Sei es jetzt einfach nur im linken Mittelfeld oder im rechten Mittelfeld etwas weiter nach vorne, damit die etwas offensiver sind oder wirklich als Außenstürmer, sofern man das Personal hat. Das wäre auf jeden Fall so meine Wunschformation, mit der ich bei Real Football auf jeden Fall sehr viel Erfolg habe. Und ja, jetzt kommen wir noch auch zu den Anweisungen der Spieler, wie sie genau spielen sollen. Da habe ich eine ganz klare Philosophie, dass man auf jeden Fall immer selbst pressen soll und auch das Gegenpressen, also dieses typische Klopscher von Jürgen Klopp, das typische Fußball von dem, dass man da immer regelmäßig selbst presst und auch ins Gegenpressen geht. Bei Ballverlusten natürlich kann man auch Tag und Nacht pressen, aber das ist dann schon, da braucht man schon eine krasse Mannschaft mit unfassbar guter Kondition. Oder aber man spielt das wirklich über kurzen Zeitraum, auch hier dauerhaft mit kleinen Pausen, weil das kann man einfach nicht 19 Minuten durchspielen. Regelmäßiger, finde ich, schon ist in Ordnung, sollte man wirklich mal ein bisschen mehr Druck machen. Über 60 Minuten, sagen wir mal, kann man auch gerne hartnäckig spielen, aber dauerhaft, das ist wirklich schwierig. Bei den Standardsituationen kommt immer darauf an, wie wir das trainiert haben. Aktuell seht ihr, habe ich das noch gar nicht trainiert, deswegen mache ich es hier auch komplett oder lasse das erstmal so, wie es ist. Hier kann man das einfach in die Mitte tun und hier die Ecken, klar, man sieht kurz per Spiel und Rückraum sind wir nicht ganz so gut, aber normalerweise mache ich es auch sehr, sehr gerne. Ecken in den Rückraum persönlich, wo hier bei Real Football preferiert ist, allgemein noch die Standardsituation eher weniger. Darauf habe ich mich dann noch wenig konzentriert, sondern eher um die Anweisung im Spiel selbst. Und da ist es für mich ganz wichtig, auf jeden Fall Abseitsfalle, weil wir wollen ja auch ein bisschen höher stehen. Wir spielen ja vorsichtig offensiv, wollen den Gegner so ein bisschen einschnüren mit Ballbesitz spielen. und deswegen müssen wir auch ein bisschen höher stehen, um den Gegner mehr in deren Hälfte zu verlagern. Und da ist auch eine Abseitsfalle unabdingbar, weil wenn man da auch mal ein bisschen weiter vorne steht und man hat keine gute Abseitsfalle, steht nicht richtig gut, dann ein langer Ball, ein guter Steckpass und der gegnerische Spieler geht alleine aufs Tor zu. Deswegen ist es auch wichtig, in dem Fall auch die Abseitsfalle sehr gut zu trainieren. Ebenfalls auch Distanzschüsse sind immer ein gutes Mittel, nicht immer nur rein. Klar, wir wollen mit viel Ballbesitz spielen, mit Kurzpassspielen, aber man muss auch mal aus der Distanz schießen können, weil immer nur in den Strafen reinzugehen, ja, das ist nicht gut. Man muss da wirklich variabel sein. Ebenfalls auch immer schön dribbeln, da habe ich sieben von zehn, wie bei allen drei Sachen, weil wir auch natürlich mit vier, zwei, drei, eins, mit zwei Flügelspielern sind und ich auch hier das Flügelspiel präferiere, indem ich es auch gesagt habe, wir sollen jeweils ein Drittel der Spielzüge auf dem linken und das andere Drittel auf dem rechten Flügelspiel und eher weniger im Zentrum, weil ich einfach ein Freund bin vom Flügelspiel. Schwalben, ja, habe ich jetzt hier auf vier, glaube ich, aber eigentlich will ich das Ball null oder eins haben. Ich bin gar kein Freund von Schwalben. Außerdem kriegt man hier häufig auch mal gelbe Karten. Vor allem, man kriegt viele gelbe Karten, wenn man das überhaupt nicht trainiert und es trotzdem einsetzt, ist das eher wirklich unnötig. Und ich habe auch gemerkt, selbst wenn man das Schwalbenspiel ein bisschen mehr trainiert und das vielleicht bei 50, 60 ist, dann irgendwie kriegen die trotzdem gefühlt jedem Spiel eine gelbe Karte für eine Schwalbe, wo ich mir auch denke, okay, das ist ein bisschen hier schlecht gebalanced. Deswegen, das Schwalben so maximal bei 2, 1 am besten bei 0 einfach in meinen Augen unnötig. Und klar, Freischüsse, Freischüsse sind halt Freischüsse. Habt ihr gute Freischüsse schützen, sind die auch wichtig. Ja, und hier, seht ihr, habe ich es ja gerade schon gezeigt, versuche ich das Flangenspiel zu präferieren. Da kann man ja hier gut einstellen, wie man das möchte. Ich mache immer so roundabout ein Drittel der Spielzüge, in dem Fall 33%, 31%. Durch die Flügel, dann sollen eher im Mittelfeld die linken und rechten Spieler die Spiele kontrollieren und im Zentrum allgemein am wenigsten. Aber das habe ich jetzt hier wirklich eher so zufälligerweise so ausgefehlt. Aber ich möchte wirklich in dem Fall 2 Drittel meiner Spielsüge auf jeden Fall durch die Flügel spielen. Ja, das ist auf jeden Fall unsere Taktik. Sollte es im Spiel mal sein, dass wir natürlich offensiv machen, offensiv spielen müssen, und klar, gehe ich auf volle Attacke, das ist ja klar, dann alles nach vorne, auch Gegenpressing, alles schön nach vorne, auch Distanzschüsse immer wieder häufiger machen, Abseitspfade noch mehr, damit man noch riskanter spielt, wenn man natürlich aufs Tor gehen muss. Aber das ist ja selbstverständlich. Und ja, das war so, wie gesagt, meine Taktik. Ihr seht, damit bin ich auf jeden Fall erfolgreich. Wir sind auf Rang 2. Letztes Jahr war unser Saisonziel Platz 12. Dieses Jahr Platz 7 haben eine gute Truppe, machen das auch super. Und natürlich, ganz wichtig auch bei WeRFootball, wenn ihr ein System habt und vor allem die Anweisungen, Dribblings etc., so und so haben wollt, müsst ihr das auch trainieren. Je mehr ihr das trainiert und diese Anweisungen auch wählt, desto stärker wird eure Gesamtstärke. Also es ist existenziell bei WeRFootball zu trainieren. Wie das funktioniert, habe ich es im letzten Tutorial gezeigt. Könnt ihr einfach unten in der Videobeschreibung in die Playlist reinschauen. Dann seht ihr auch, das zweite Video ist es, glaube ich, wo ich euch erkläre, wie man richtig trainiert. Das erste Video genau, könnt ihr gerne mal reinschauen. Kurz und knapp, jetzt zählt, erklärt, ist gar nicht so schwer. Ja, das war es dann mit dem heutigen kleinen Tutorial, oder eher gesagt, meine Welt des Taktiks bei WeRFootball. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen helfen, damit ihr vielleicht schon ein Grundgeriss aufbauen können, wenn ihr vielleicht komplette Anfänger seid, was das Taktische angeht. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder beim nächsten Tutorial. Worum es da geht, weiß ich noch nicht. Schauen wir uns mal an. Und dann habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Dentu.